und ein herzliches willkommen zurück zu einem teil beim technik auf nintendo switch mit mir von der let's pass als hobby und logischerweise wieder online match mit sui kuhn allerdings dies war bis geändert so unverstanden pokémon ist jetzt war noch mutter aber die kämpfe erstmal wieder ein bisschen weiter mit sui kuhn und schau mal wie weit man mit ihm wiederkommen okay schauen wir mal ob ein gegner direkt kommt oder nicht aha doch tatsächlich das ist teo gruppe e1 mit sherox aus england ich meine gruppe 1 ist ja okay alles hat seinen das als prächtigung ja 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 Klappt auch ganz gut. Der weiß auch nicht so ganz was er machen soll, glaub ich. Okay, 1-0. Teo. Mensch. Drainy. Okay. 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 Na gut, mach mal satt so, greifen wir halt. Okay, irgendwie kommt da nicht viel von ihm. Habe ich trotzdem gewonnen, alles klar. War jetzt irgendwie nicht so der tolle Kampf. Wir haben zwar gewonnen, aber okay, kam jetzt nicht so viel von ihm. Allerdings irgendwie ist auch nicht von mir passiert, aber gut. War am Spielrunde erstmal. Ja, ihr müsst jetzt mal wieder reinkommen. Erster Kampf bei der Aufnahmesession. Also, danke euch auch mal fürs Zuschauen. Vergesst gerade ein Abo hoch und ein Abo. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Kampf. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Euer Volker. Let's face as hobby. Tschüss.